Sichere Online-Identifikation mit Web-ID Für alle Transaktionen, bei denen Sie sich mittels eines Ausweisdokuments identifizieren müssen. In wenigen Schritten bestätigen Sie Ihre Identität an Ihrem Computer oder mobilen Endgerät, wie beispielsweise Ihrem Tablet oder Smartphone. Tragen Sie während oder am Ende der Antrags- oder Kontoeröffnungsstrecke Ihre Ausweisdaten in die Eingabemaske ein oder überprüfen Sie diese. Nun überprüft Web-ID den Geschäftsvorgang und teilt Ihnen eine einmalige neunstellige Vorgangsnummer zu. Die Identifikation erfolgt über ein Videotelefonat. Ein Web-ID-Mitarbeiter führt Sie ganz einfach durch den Prozess. Halten Sie Ihr Ausweisdokument vor die Kamera Ihres Endgerätes. Web-ID prüft die Echtheit des Dokuments und die Übereinstimmung mit Ihrem Gesicht. Durch Eingabe einer sechsstelligen TAN, die Sie per SMS oder E-Mail erhalten, schließen Sie den Vorgang ab. Wurde die Identifikation bestätigt, werden alle Daten automatisch an Ihren Geschäftspartner verschlüsselt übermittelt. Fertig ist Ihre Online-Identifikation mit Web-ID.